Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch mal eine richtig coole Website vor und zwar heißt die FreeMyApps. Ja, mit der Website könnt ihr euch kostenlos iTunes Gutscheine verdienen, indem ihr Apps runterladet und dafür dann eine bestimmte Anzahl an Punkten bekommt. Hier seht ihr dann schon mal die Apps, die ihr runterladen müsst heute oder könnt, um dann einen Gutschein nachher zu verdienen. Und ja, auf dem Tab Gifts seht ihr dann hier gleich alle Gutscheine aufgelistet. Hier gibt es iTunes und Amazon Gutscheine in verschiedenen Preisklassen und ganz oben noch ein paar Xbox und PS3 Gutscheine. Und hier neben seht ihr dann die Punktzahl, die ihr erreichen müsst. Die ist jetzt noch hellgrün, wo die Punkte noch nicht reichen und dunkelgrün werden sie, wenn sie eingelöst werden können. Ja, hier könnt ihr die App noch auf dem Home-Bildschirm hinzufügen. Dazu klickt ihr einfach zu Home-Bildschirm hinzufügen, dann auf hinzufügen und dann erscheint euch hier die App. Das ist jetzt eine Web-App. Finde ich persönlich ein bisschen schöner, als wenn man die App oder die Seite in Safari geöffnet hat. Ja, das war's dann von der Website. Der Link ist natürlich wie immer in der Beschreibung und ich hoffe, ihr habt viel Spaß und gewinnt viel mit der Website. Wenn euch das Video dann gefallen hat, klickt auf den Daumen hoch und wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, klickt auf Abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.